So, hier nun unser Gasverbrauch, da dürfte sich gar nichts geändert haben, wir benutzen nur die Gastherme, also den Gasdurchlauferhitzer für das Gas und ich weiß nicht, ob die den Haupthermer aufgemacht haben und dann was abgelassen haben, ich habe ihn zugemacht, weil es so noch immer nach Gas und da hatten sie schon unsere Gastherme manipuliert, da lief das nur so raus. Ich hatte auch unten erst bei der Gastherme unten ausgemacht, aber es reichte nicht aus und deshalb hatte ich mich entschieden, den Haupthermer zu schließen. Ich weiß nicht, ob sie den nochmal geöffnet haben, aber auch hier besteht die Möglichkeit, dass Gas verbraucht wurde, gegen unseren Willen und heute wissen wir auch, haben über andere gewohnt und geduscht und wir haben ja einen Wasserverbrauch von damals schon, vor Jahren schon, ich glaube schon 2009, über 1000 Kubikmeter. Und wir haben angefangen mit diesem Zähler bei 20 oder so, also hatten wir uns garantiert in der Alte Wasserohrmann gemacht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.